Manche großen Wirtschaftslobbys tun so, als hätte es für kleine und mittlere Unternehmen noch nie ein so gutes Angebot gegeben wie jetzt TTIP. Ich würde sagen, wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich auch nicht wahr. Es ist nicht so, dass große, multinationale Unternehmen und kleine und mittlere Unternehmen einfach dieselben Interessen haben. Lassen Sie sich nicht täuschen. Gucken Sie aufs Kleingedruckte.